Und weiter geht es mit einer besonders knusprigen Folge von Perlworld. Wir machen weiter. Heute werden wir versuchen, nicht so viele kleine Perl zu fangen, weil wir müssen echt uns mal ein bisschen hier mehr umschauen. Wir haben jetzt hier dieses Wiesband hier gebaut, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe Stromperl eingesetzt, ich habe Handwerker, keine Ahnung. Vielleicht kann euch einer von mir an von euch mir weiterhelfen und sagen, was wir da genau machen können. Und ja, jetzt habe ich hier die Mühle gebaut. Das war falsch. Ich wollte eigentlich den hier bauen. Ach, okay. Ja, brauche ich eh Paldium, weil ich dachte, dann können wir nämlich ein bisschen davon produzieren. Aber das war jetzt, ja, habe ich gut hinbekommen. Wie immer. Wie immer. Also, ich würde sagen, wir holen nur noch den und dann erkunden wir das Gebiet weiter. Und den kriegen wir ja doch relativ schnell. Level 25 sollten wir eigentlich ohne Probleme schaffen. Kollege, danke. Ey. Unglaublich. Einfach eine pure Frechheit. Na super. So, noch zwei. Ja, na super. In die falsche Richtung auch noch. Nice. Warum, dann fangen wir die beiden eben. Wenn die nicht anders wollen. Wo ist der Kollege? Da hinten. Ups. Ups. Ja, super. Ey, da ist ja... Bin die mich jetzt, oder was? Unglaublich. Das ist jetzt nicht gut. Das gibt es doch nicht. Ich benutze sogar schon die grünen. Die fangen mit einer hohen Prozentzahl an. Ich versp... Ey, manchmal ist das unglaublich, ne? Manchmal ist das einfach nur brech. Ja, super. Gut, ich wollte noch ein bisschen schwächen, aber das ging dann nach hinten los. Nice. Und ich bin fast tot. Wunderbar. Das fängt ja mal wieder gut an. Die sind direkt auf mich los, ne? Also, ich wollte es eigentlich nicht, Leute. Ich wollte es eigentlich nicht, aber gut. Was soll ich da machen? Und das ist jetzt noch einer von denen. Sollen wir den trotzdem fangen? Ey, wir brauchen die eigentlich, ne? Eigentlich brauchen wir die schon. Komm. Was soll's. Na, super. Ja, ich bin, ähm, perfekt im Timing und, ja. Ihr seht schon. Gut. Achso, ist er im Lager eingesperrt? Ne, oder? Ne. Oder haben wir unter... Ah, warte mal. Da ist eine Höhle, oder? Geht es hier rein? Das könnte sein, ne? Ich glaube, da geht's runter, Leute. Und da hinten haben wir eine Startwoche. Sehr schön. Die werde ich mir auf jeden Fall schnappen. Immer schön her damit. Ja, ich glaube, ja, da geht's rein. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, so einer ist doch nicht im Käfig drin. Das wäre ein bisschen seltsam. So, her mit dem Zeug. Hä? Oder doch nicht? Wie kommen wir zu dem? Das ist jetzt die goldene Frage. Ansonsten müssen wir den erstmal auslassen. Nehme ich gerne mit. Hä? Oder ist der doch im Lager? Ne, niemals. Niemals ist der im Lager drin. Das ist ein Dungeon. Dungeon führt aber nicht zu ihnen, oder? Dungeon haben wir jetzt auch länger schon nicht gemacht. Aber ich weiß nicht. Dungeon bin ich nicht so ein Fan von. Die sind nicht so geil. Also meiner Meinung nach. Was wäre das für ein Level 19? Nehme ich nicht so geil. Aber wo ist der? Und brauchen wir noch ein paar von diesen Kaninchen? Weiß gar nicht. Ja, das lief ja gut. Das lief sehr gut. Wie immer. Autsch. Auf dem können wir nicht so gut ausweichen, irgendwie, ne? So. Warum weg mit euch? Das gibt's auch nicht. Das ist immer verdammt... Alter. Sind über 80% aber irgendwie. Ja, geht doch. So. Also wo ist dieses Perl? Einziger Vorteil ist, wir haben jetzt nochmal... ...da eine grüne Statue. Wir haben auch vorhin noch eine gefunden. Aber ich will dieses Perl eigentlich haben. Weil das war jetzt der Hauptgrund, warum ich hier hin bin. Aber gut. So ein paar Statuen nimmt man natürlich gerne mit. Mal hier geht's hoch. Hoch, hoch, hoch. Aber ich glaube, das ist nur ein normaler Laufweg. Kann es sein? Dann geht's hier hinten irgendwo hin, oder wie? Kann nicht wahr sein. Okay, ich brauche ein bisschen Ausdauer jetzt erstmal. Oder ist hier ein Eingang? Nee. Ziemlich... Oh, warte mal. Das gibt's auch nicht. Jetzt finde ich hier überall irgendwie Statuen. Jetzt komme ich aus den Statuen, sammle ich raus. Aber nehme ich gerne mit. Da will ich mich nicht beschweren. Die Dinger brauche ich. Warte, warte mal. Nein, warte, war der hier im Eingang hier drin, ne? Durch diesen, ähm... Da war doch eine Höhle am Wasser. Oder war das ein anderer? Da muss ich mal kurz nachschauen. Also wenn der da nicht ist, dann gehen wir einfach weiter. Dann lassen wir den erstmal. Aber ich glaube, das müsste da sein. Oder war das ein anderer beim Wasser? Nee, hier. Sieh hier, ne? Hier rein. Aber vielleicht hier auch. Vielleicht ist der hier genau dasselbe. Wer weiß. Ähm, ich würde sagen, wenn wir hier... ...so an Land sind... ...nehmen wir lieber den hier. Dann sind wir ein bisschen schneller. Dann laufen wir da hinten mal lang. Oder? Ist er schneller? Ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Wo ist er denn? Ach, warte mal. Ich sollte auch in die richtige Richtung laufen. Das wäre nicht schlecht. Ich schaue mal unten. Ah, warte mal. Ist da ein Loch? Nee, oder? Warte mal. Brauchen wir jetzt doch einmal den hier? Hätte ja fast keine Ausdauer. Ein Augenblick. Dann fliegen wir da vorbei und gucken mal. Ja, doch. Da unten ist eine Höhle. Ja, war das doch die Höhle. Mal, wir machen mal den hier. Und rein mit uns. Doch, das war... Hä? Ich bin verwirrt. Egal, wir haben es gefunden. Dann ist soweit doch alles gut. Jetzt müssen wir natürlich den nur fangen. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine Gigasphäre. Ist mir ein bisschen lieber. Alles klar. Da brauche ich einen netten Screenie. Blöd ist halt jetzt die Rüstung. Das ist dann das Symbol halt. Gut. Sonst hätten wir einen schönen Screenshot. Aber was soll's. Dann ist da halt das Symbol drin. Na, super. Autsch. Okay, nicht gut. Ich sollte hier auf jeden Fall aufpassen beim Kämpfen. Ähm. Angreifen. Nichts da. Oh, 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 oh. Na. Da war ich mitten in der Attacke drin. Das war mir nicht bewusst, dass der irgendwie sowas macht. Okay, wir machen nicht so gut Schaden, aber... Ich würde sagen, das geht noch. Ja, sehr gut, sehr gut. Baller drauf. Ah. Verkackt. Aber. Ui. Aber das sollten wir ohne Probleme hinkriegen, Leute. Autsch. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da wäre der gesessen. Na, super. Im falschen Moment wie da, komm, free ein. Oder auch nicht. Ah, dieses blöde Gift. Da sollten wir vielleicht einmal ein bisschen... Ah, jetzt hat er auch noch genau mich getroffen. Oh, 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 okay, okay. Nein, 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 geh runter. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm, geh du da ran. Nichts da. Okay. Jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Nein. Nicht angreifen. Ich brauche die. Oh, oh, sehr gut. Huh. Also, wenn das nicht eine heiße Nummer war, dann weiß ich auch nicht. Für den brauche ich hier mal einen Sattel, ne? Einen Rubin und ein Amulett. Warte mal. Offensives Amulett. Was haben wir hier? Ist das genau dasselbe? Oder ist das ein bisschen besser? Genau dasselbe. Ja, super. Gut. Ja, dann würde ich sagen... Kollege. Komm mal wieder her. Können wir hier was machen am Holz? Nee, ne? Alles klar. Dann haben wir das hier auch schon mal. Müssen wir jetzt hier erstmal wieder raus. Also, das war schon knackig. Ich hatte fast überlegt, die rote Sphäre zu benutzen, aber... Nee. Da bin ich ein bisschen zu gierig für. Das ist die einzige, die wir bis jetzt gefunden haben und die würde ich mir ganz gerne aufbewahren. Aber hat schon gut reingehauen, ne? Warte mal, wo sind wir jetzt? Ja, wir sollten aufs... fliegende Perl aufsteigen. Wäre deutlich besser. So. Hoch mit uns. Ja, perfekt. Ah. Reicht die Ausdauer aus bis hier hinten. Ja, sehr schön. So. Fast schon soweit. Alles klar. Ja, jetzt ist die goldene Frage. Also, zurück ins Lager müssen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt das Gebiet weiter. Also, hier könnten wir noch was erkunden. Und hier. Ups. So. Gehen wir jetzt mal hier an. Ich bin zufrieden. Dieses Perl... Ich denke, das könnte ganz gut sein, wenn wir dafür einen Sattel irgendwann haben. Oh. Das gibt's auch nicht, ne? Echt manchmal... Ziemlich frech. Ja, gut. Überlebt er noch. Und dann... Komm, bleib bitte drin. Naja, super. Das war ja irgendwie klar, ne? Das war ja wieder klar, dass es passieren wird. Komm, jetzt aber. Sehr schön. Und wir hauen einfach ab. Ach, ich hab den schon. Ich hab schon 10. Okay. Hätte ich mir also sparen können. Und da haben wir auch 10. Ah, zicht mal ab. Da hinten. Ah, okay. Hier geht's nicht weiter, oder? Weil da hinten ist auf jeden Fall noch zu hart, das Gebiet. Das ist nicht gut. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwie ein paar Statuen... Aha. Aha. Was hab ich gerade gesagt? Ich hab das Wort nicht mal ganz ausgesprochen. Und zack, ist da eine Statue. Wunderbar. Ja, gut. Also, dann gucken wir irgendwie da hinten noch lang. Da unten gibt es ja anscheinend auch noch irgendetwas. Und wenn da nichts ist, dann sollten wir im Osten weitermachen. Oder noch mehr in den Norden. Irgendwelche Sachen übersehe ich so oder so bestimmt, aber wir versuchen natürlich einiges mitzunehmen. Das sind wieder diese Feuerdinger. Feuerperls. Ja, komm. Haut ab. Ist da unten irgendwas? Nee, ne? Ich denke nicht. Wird hier direkt aggressiv? Nee, okay. Wenn ich auf diesen Perl hier bin, dann mucken die nicht auf, ne? Komisch. Komisch aber auch. Woran kann das wohl liegen? Aber hier kriegen wir... Warte mal. Ich will mal kurz testen. Kriegen wir hier auch Holz oder würden wir hier Bambus rauskriegen? Gar nichts. Achso. Ich hätte echt gedacht, wir kriegen da irgendwas raus. Hier scheint mir nix zu sein. Wir laufen trotzdem nochmal bis da hinten. Ah, doch. Da hinten ist eine Truhe. Oder? Ah, nee. Ein Ei. Ja, her damit. Gut. Dann hoch mit uns. Einmal ab nach oben. Ist da vielleicht was auf dem Felsen? Also hier haben wir noch einen schönen Strand. Hinten wir befreien. Aber nee, lassen wir jetzt einfach. Habe ich gerade keinen Nerv drauf. Aha, aha. Irgendwas sagt mir, ich soll da hoch. Und da... Vielleicht gehen wir als nächstes hier rüber auf die beiden Inseln. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ah, warte mal. Sieh mal eine an. Rüber. Wie viele habe ich dann? Also... Dann sollten mir eigentlich gar nicht mehr so viele fehlen. Denke ich mal. Für ein Upgrade. Ich denke, zwei vielleicht noch oder so. Also komplett werde ich auf jeden Fall nicht haben. Aber ich denke, echt so ein, zwei fehlen mir noch. Vielleicht sogar drei. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall können wir uns bald ein Upgrade holen. Ja, das ist glaube ich nicht so schlau von denen, dass sie den angreifen. Und weg ist er. Oh, ganz ruhig. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber ich will hier hoch, weil ich habe da eine Statue gesehen. Und da hinten haben wir eine Insel. Und da haben wir direkt ein... Haben wir direkt was. Aber das ist keine Schnellreise, oder? Ich glaube nicht. Finden wir es heraus. Finden wir es heraus, Leute. Oh, nein. Du sollst ein bisschen fliegen. Fällt einfach runter. Also da hinten haben wir eine Schnellreise. Da hinten haben wir den riesen Baum. Eisgebiet. Und hier ist auch nochmal eine Insel. Und da haben wir einen Perl. Aber welches? Und da ist ein Ei oder irgendwas. Irgendwas gelbes ist da oben. Oder eine Truhe. Könnte alles sein. Ich glaube, das ist aber ein Ei. Wenn mich meine Augen nicht trügen. Ja, ich denke, das ist ein Ei. So. Komm, ich lasse mich einfach fallen. Wups. Wunderbar. Was für ein Level habt ihr? Weil ich glaube, von euch brauche ich auch noch ein paar. Komm, ich gönne mal. So. Ich brauche hier noch von denen. Ja, noch ein paar. Habe ich recht gehabt. Ach, da hinten wäre eine Schnellreise. Ja, super. Jetzt bin ich schon hier rüber. Ich glaube, die sollte ich mir eigentlich holen. Schnellreisepunkte im Allgemeinen sind sehr gut. Münzen und so. Ja, komm. Ist ja nicht so weit. Mit denen packen war das doch easy. Und da hinten haben wir noch eine Statue. Die nehmen wir gleich. Da oben ist noch ein Ei. Das nehmen wir auch mit. Dann die. Ah, hier können wir auch einmal mitnehmen. Der haut ab oder was. Den kriege ich leider nicht mehr. Okay. Ey. Unglaublich. Ich verballere hier nur meine Sphären. Also manchmal ist es echt. Nervig, wie die sich auf einmal. Bewegen. Ist ja wieder klar. Nicht ausbüchsen. Wunderbar. Mir fehlt hier nur noch einer. Komm, den holen wir uns. Den holen wir uns. Nein. Ach komm. Was soll's. Schaffen wir schon. Wenn nicht, kriegt er jetzt noch einen Schuss. Alles klar. Perfekt. Ja. Ja. Komm. So. Dann ist ein Feuer. Wieder so ein komisches Lager. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Äh. Warum ist die Musik noch? Ist er entkommen? Nee. Hä, warte mal. Hat er sich? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Haben wir es? Ich habe jetzt gar nicht richtig drauf geachtet. Ich denke ja. Ach komm. Lassen wir. Ich glaube ja. Wir können das doch auch im Taldex einmal herausfinden. Wo ist er? Ja. Haben wir. Komplett. Und wir sind fast level up. Ach. Dieser blöde Kopfschmuck. Ich brauche. Warte mal. Wir können ihn da rausnehmen. Dann ist das Symbol wenigstens erstmal weg. Aber auch nicht mal lange wegen der Rüstung. Und es wird bald nachts. Super. Habe ich so antik... Oh. Antikes Bauteil haben wir. Aber warte mal. Was bringt eigentlich der Haarschmuck? Verteidigung und LP. Ja. Das ist schon nicht schlecht eigentlich. Ist schon nicht verkehrt. Aber die Rüstung ist fast hinüber. Das ist nicht so gut. Das ist nix gut. Und da es dunkel wird, würde ich sagen. Gehen wir einmal kurz in die Base. Reparieren. Und von dort aus gehen wir dann rüber. Was haben wir eigentlich da für einen Perl? 23er. Sollte auch kein Problem für uns sein. Das sollten wir hinkriegen, Leute. Oh. Warte mal. Die brauche ich. Die brauche ich. So. Ganz ruhig. Ich will euch nur mitnehmen. Oh. Da flog ich mich an. Jetzt sind ja so viele... Ich wollte eigentlich nur zurück. Eigentlich wollte ich hier zurück, Leute. Aber wenn es sich schon so anbietet, ne? Komm. Bitte. Das gibt es doch nicht. Guck mal, wie hoch die Prozentzahl ist. Und ich fange sie einfach nicht. Unglaublich. Komm. Das macht keine Fakten. Das gibt es doch nicht. Unglaublich. Ich verballere nur meine Sphären. Oh. Jetzt aber. Geht doch. Da sind noch mal mehr. Ah. Ich brauche aber fünf Stück. Und hier sind so viele wieder. Ja. Ja. Komm. Was soll's. Frechheit. Ich meine, wenn ich schon hier bin... Dann sollte ich die auch mitnehmen. Ey, das gibt es doch nicht. Die Prozentzahl ist wirklich so hoch. Und Level ab. Na, immerhin. Und die kämpfen da... Nein, nein. Da mische ich mich nicht ein. Aber das nehme ich noch mit. Du bist doch süß. Aber ich glaube... Da sollte ich den hier machen. Komm. Komm. Indie-Crew. Sehr schön. Ja, zwei Stück fehlen mir noch. Dann hat sich das doch wenigstens gelohnt. Warte mal, da haben wir noch Kram. Aber warte mal. Wo kriegen wir eigentlich diese antiken Teile? Kriegen wir die von denen da hinten? Warte, ich habe zwei. Bekommen wir die von den Wilden? Das muss ich jetzt einmal kurz herausfinden. Also zwei Stück habe ich. Davon brauche ich schon ein paar, ne? Ich glaube, ja. Von den Wildern? Oh. Ganz ruhig hier. Au, 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 au. Super. Nein. Der ist robust, der Typ. Der Typ mit dem Flammenwerfer. Nein, danke. Oh ja, oh ja, oh ja. Zieh ich ab. Sehr gut. So. Geh drauf. Oder auch nicht. So. Aber ich glaube... Willkommen haben wir hier nichts Besonderes. Aber wenigstens ein Pal. Das ist ja schon mal etwas. So. Brauchen wir sogar. Perfekt. So, jetzt sollten wir aber echt zurück. Jetzt sollten wir echt... Abhauen. Wo kriege ich nochmal die? Ein kaputter antiker Apparat, weil den Ausgrabben entdeckt wurde. Hell, der Fölle. Ja, dafür brauche ich ein paar mehr. Davon habe ich so wenige. Und der Baum sieht geil aus. Jetzt ist natürlich auch meine Metallrüstung kaputt. Nicht so nice. Aber antike Teile haben wir ein paar da. Hallo, ich will die Karte bewegen. So. Ein bisschen geht. Ein bisschen geht. So. Ach nein. Super. Ja, toll. Mhm. Geil. Haben wir nicht in der anderen Base noch was? Ich hoffe es. Weil wenn nicht, das wäre ziemlich bitter. Das wäre mehr als bitter, Leute. Das wäre zart, bitte. Okay, genug schlechte Witze gemacht. Oh, sehr gut. Aber hier haben wir keinen, ja. Ich nehme mal die antiken Teile mit. Und warte mal, die Pfeile kann ich auch direkt mitnehmen. Wir könnten auch direkt ein paar reinhauen, während wir hier weg sind. Ach nein, nicht so viele. Können die mir ein paar Pfeile machen? Haben die hier... Ah, die haben hier ein bisschen Kram. Können die auch machen. Zement macht irgendwie gar keinen. Hat keiner Bock drauf. Sehr schön. Okay. Dann Bären rein. Ahoy. Kann der hier gebraten werden? Was ist denn hier? Die sind ja noch ein paar sind hier noch wach. Aber den anderen Kram bringe ich dann in die Base. Also in die andere. Und wie sieht es hier aus mit... Ah, perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Also, warte mal. Wir haben noch Seelen. Wir könnten hier einen upgraden. Wie wäre es denn mit... Die finde ich eigentlich ganz gut. Beteiligung. Teilen wir mal überall auf. Ein paar Seelen haben wir, ja. Die gefällt mir. Alles klar. Dann bin ich auch schon mal ein bisschen gepimpt. Dann hauen wir ab. Machen wir unseren Kram drüben. Weil hier haben wir ja sehr viel Eisen. Ah, endlich. Aber warte mal. Wir können doch eigentlich... Nee, können wir nicht. Nice. Der Bogen. Ja, gut. Machen wir... Hier machen wir auch mal. Dann hauen wir mal die ganzen Kram hier noch rein. Ach, jetzt habe ich die Eier nicht reingehauen, ne? Hm. Das war wieder clever. So. Ich wollte eigentlich... Ah, den wollte ich ja auch noch machen. Warum bin ich so ein Genie, Leute? Warum bin ich so ein... Genie? Und einen Skillpunkt haben wir. Also, ich würde sagen, wir gehen nochmal in Ausdauer. Auch immer wichtig. Sehr schön. Und dann war es das auch mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und vor allem auch kommentieren. Nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns noch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Ciao.